Heute ist der hohe Donnerstag. In normalen Zeiten würden wir uns heute Abend in der Kirche treffen und wir würden Eucharistie feiern. Wir würden Brot und Wein miteinander teilen. Und wir würden heute eine der schönsten und für mich eine der berührendsten Geschichten aus der Bibel hören. Nämlich wie Jesus ein letztes Mal mit seinen Freunden ein Mal feiert und wie er aber nach dem Mal aufsteht und einem nach dem anderen die Füße wäscht. Das ist eine Geschichte, mit der ich selber eine persönliche Erinnerung verbinde. Vor 22 Jahren bin ich zum Diakon geweiht worden. Diakon heißt übersetzt Diener. Und in dem Gottesdienst, in dem ich geweiht worden bin, hat der Bischof genau dieses Evangelium von der Fußwaschung ausgewählt und dazu gepredigt. Der Kern seiner Predigt war, als Kirche müssen wir den Menschen dienen und auf die Weise auch Gott. Kirche verfehlt ihre Berufung, ihren Daseinszweck, wenn sie nicht dient. Ein anderer Bischof hat das mal dann ganz pragnant so formuliert, eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Dieser Satz begleitet und prägt mich eigentlich schon lange. Und das ist mir eigentlich eine ständige Herausforderung und Frage. Immer wieder zu fragen, wem müssen wir denn dienen und wie müssen wir denn den Menschen dienen? Welchen Menschen müssen wir heute, um im Bild zu bleiben, die Füße waschen? Und für mich ganz persönlich, in einer Leitungsfunktion, was heißt es, dienen und zugleich der Rolle und der Verantwortung als Leiter gerecht zu werden? Ich glaube, auf diese Fragen gibt es ganz viele verschiedene Antworten. Eine Antwort ist mir in den letzten Jahren bewusster und wichtiger geworden. Ich glaube, eine wichtige Form des Dienens ist, für Menschen zu beten, Menschen Gott anzuvertrauen. Menschen, die mir manchmal das Leben leichter machen und manchmal auch schwerer. Menschen, die ich gut verstehe und ich manchmal überhaupt nicht verstehe. Für Menschen zu beten, das habe ich mir in den letzten Jahren wirklich zur Gewohnheit und auch zur Pflicht gemacht. Und darum finde ich es wirklich sehr schön und auch sehr wichtig, dass gerade heute am Hohen Donnerstag, wo es darum geht, dass die Kirche dienen soll, die Schweizer Bischöfe zusammen mit der evangelisch reformierten Kirche dazu einladen, für die Menschen zu beten. Für die Menschen, die sich engagieren als Freiwillige oder im Gesundheitswesen. Für die Menschen, die in Sorge sind um sich selber oder um ihren Arbeitsplatz oder ihren Betrieb, ihre berufliche Existenz. Für all die Menschen, die umgetrieben sind von ganz vielen Fragen. Für all die Menschen, die schwierige Entscheidungen treffen müssen. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, heute Abend um 20 Uhr, wenn die Glocken in Kriens läuten, eine Kerze mit ins Fenster zu stellen und einen Moment leise oder auch laut für Menschen zu beten. Ich werde das auch heute Abend machen, hier bei mir daheim. Ich danke Ihnen herzlich dafür und bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.